Als erste Art von lexikalischen Bestandteilen betrachten wir literal das englische Adjektiv literal bedeutet übersetzt so viel wie wörtlich tatsächlich ist ein literal ein wörtlich hingeschriebener Wert eines primitiven Datentyps bzw. ein wörtlich hingeschriebener String. Primitive Datentypen werden im gleichnamigen Kapitel genauer betrachtet hier reicht es für uns erst einmal zu wissen, welche primitive Datentypen es eigentlich gibt. Und eine ungefähre Vorstellung, wozu die verschiedenen primitiven Datentypen eigentlich gut sind vergleichen mit Racket. In Racket müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Datentypen für ganze und gebrochene Zahlen unterscheiden, schon gar nicht mehrere Datentypen für ganze bzw. für gebrochene Zahlen. Das macht alles Dr. Racket für Sie. Der Vorteil ist mehr Bequemlichkeit und möglicherweise auch bessere Lesbarkeit. Der Nachteil ist deutlich längere Auswertungszeit, da Zahlen in Racket zur Erreichung dieser Bequemlichkeit weitaus komplizierter und weitaus weniger hardwarekonform gespeichert und verarbeitet werden müssen. Vier verschiedene Typen gibt es in Java für ganze Zahlen. Diese Typen heißen BITE, SHORT, IND und LONG. Sie unterscheiden sich eigentlich nur darin, mit wie vielen Bits eine Zahl gespeichert wird und welche Zahlenbereiche durch die einzelnen Datentypen somit abgedeckt werden. Die ganzzahligen Datentypen sind in dieser Aufzählung aufsteigend nach Bitzahl und damit nach Größe des dargestellten Zahlenbereichs sortiert. Dann gibt es zwei verschiedene Typen für gebrochene Zahlen. Float und Double. Wir sagen gebrochene statt reelle Zahlen. Denn beliebige reelle Zahlen lassen sich natürlich nicht im Computer darstellen. Auch zwischen diesen beiden Datentypen ist der wesentliche Unterschied der, dass Double mehr Bits hat als Float und daher auch einen größeren Zahlenbereich darstellen kann. Radionale Zahlen werden in Java in Float und Double gespeichert. Das heißt, auch Radionale Zahlen werden in Java in der Regel nicht ganz korrekt dargestellt. Will man Radionale Zahlen in Java korrekt darstellen wie in Reket, muss man sich entweder ein Java-Package, das das leistet, selbst schreiben oder aus dem Internet oder sonst woher nehmen und verwenden. Ein Datentyp namens Bolean für logische Operat Aeonen, der nur zwei Werte hat, True und False Vergleich mit Reket. Dort heißen die beiden Werte Hashmark-T und Hashmark-F. Schließlich noch ein Datentyp für Schriftzeichen, genannt Char. Abkürzung für Englisch Charakter, was unter anderem mit Schriftzeichen übersetzt werden kann vergleichen mit Reket. Diesen Datentyp gibt es in Reket auch, wurde im Kapitel zu Funkt-Aonale-Apps-Therak-Aon aber nicht behandelt. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Leitral dies sind drei ganzzahlige Leitral. Das Vorzeichen plus ändert zwar nichts am Wert, kann aber zuweilen die Lesbarkeit erhöhen. Zum Beispiel wenn man im Finanzbereich konsequent haben mit plus und soll mit minus kennzeichnet. Der Datentyp solcher Leitral ist internationale. Wie schon eingangs angedeutet, umfasst der Datentyp Long mehr Speicherplatz als Int und kann daher einen deutlich größeren Bereich von ganzen Zahlen als Int darstellen. Mehr dazu im Kapitel zu primitiven Datentypen will man ein Literal vom Typ Long. Muss man ein kleines oder großes L ans Ende setzen. Man sollte immer ein großes L setzen, da das kleine L leicht mit der Ziffer 1 verwechselt werden kann. Leitrei vom Typ Long sind sinnvoll, wenn man einen Wert ausdrücken möchte. Der nicht in den Datentyp Int hineinpasst im Kapitel zu primitiven Datentypen werden wir sehen, dass der größte in Int darstellbare Wert nicht einmal 2,5 Milliarden ist. Die beiden anderen ganzzahligen primitiven Datentypen, Weit und Short, sind kleiner als Int und nur für spezielle Zwecke gedacht. Auch diese beiden sehen wir uns im Kapitel zu primitiven Datentypen genauer. Nein, diese beiden Datentypen haben keine eigenen Leitrei, lassen sich aber durch Leitrei vom Datentyp Int initialisieren. Sofern diese Leitrei klein genug sind, dass sie in den jeweiligen Datentyp passen. Bei der Zahl 123 ist das für beide Datentypen der Fall. Der kleinere von beiden, Weit, kann ganze Zahlen bis 127 darstellen. Jetzt zu Literalien, die Zahlen darstellen, die nicht ganz zahlig sind. Diese sind vom Datentyp Double. Es sei denn, man setzt ein kleines oder großes F ans Ende analog zu kleinem oder großem L bei Long eben mit einem kleinen oder großen F sind gebrochen zahlige Leitrei vom Typ Float. Wie allgemein üblich in der angelsächsischen Welt, gibt es auch in Java kein Komma, sondern einen Dezimalpunkt zwischen dem ganzzahligen und dem nicht ganzzahligen Anteil. Geht natürlich auch wieder mit einem positiven bzw. negativen Vorzeichen. Wenn der ganzzahlige Anteil vor dem Dezimalpunkt 0 ist, darf diese 0 auch fehlen, hätte aber selbstverständlich auch hingeschrieben werden dürfen. Auch hier natürlich wieder Vorzeichen möglich. Alternativ gibt es die wissenschaftliche Notat ION. Damit bezeichnet man generell Zahlenangaben mit Exponenten in Java. Sieht diese Notat ION so aus wie hier gezeigt. Der Wert dieses Literals ist 1,2 mal 10 hoch 34. Und auch hier wieder positives oder negatives Vorzeichen möglich, bei jedem der beiden Bestandteile. Die nächste Art von Literalien sind Zeichen. Zeichenleitral sind vom Datentyp JAR. Der ebenfalls im Kapitel zu primitiven Datentypen genauer beleuchtet wird. Die Sonderzeichenleitral sind immer in einzelne Hochkommas gesetzt. Zum Beispiel Klein- und Großbuchstaben, Ziffern und Interpunkt AONs Zeichen. Für einige Sonderzeichen auf der Tastatur gibt es spezielle Umschreibungen. Hier die für 0-1, Backspace und Tabulator. Um sie von den Kleinbuchstaben N, B und T zu unterscheiden, wird jeweils ein Backslash vorangestellt. Da das einzelne Hochkomma eine Sonderfunkt AON bei CHARLITERALEN hat, nämlich Abgrenzung, wird ihm ebenfalls ein Backslash vorangestellt, um auszudrücken, dass das nachfolgende Hochkomma keine Sonderfunkt AON hat, sondern selbst als Literal interpretiert werden soll. Auch das doppelte Hochkomma hat eine Sonderfunkt AON, nämlich bei STRINGLITERALEN, wie wir gleich sehen werden. Daher auch hier ein Backslash. Und da der Backslash somit auch eine Sonderfunkt AON hat, muss auch ihm ein Backslash vorangestellt werden. Wenn man dieses Zeichen selbst und ohne Sonderfunkt AON meint, schlussendlich kann jedes Zeichen mit seiner Unicode-Nummer hexadezimal dargestellt werden. Sie finden unzählige tabellarische Quellen im Internet, in denen Sie für jedes Unicode-Zeichen den hexadezimalen Zahlencode nachschlagen können. So dass Sie nichts rechnen müssen, die letzten vier der sechs Zeichen in Hochkomma sind die hexadezimale Unicode-Nummer eines Zeichens. Davor kommt wieder ein Backslash und zusätzlich ein U, U wie Unicode-String ist kein primitiver Datentyp, sondern eine vordefinierte Klasse, die wir uns später erst ansehen werden. Strings sind Zeichenketten. Diese einfache Sicht reicht fürs Erste. Auf dieser Folie haben wir zwei Beispiele für STRINGLITERAL. Ein einfaches und ein etwas komplizierteres. Unten nach dem Fall sehen Sie, wie das zweite STRINGLITERAL aussehen würde. Wenn man es beispielsweise auf dem Bildschirm ausgeben würde. Vergleich mit Racket. Natürlich gibt es Unterschiede bei Strings in Racket und Java. An dieser Stelle aber noch keine erwähnenswerten. STRINGLITERAL werden im Gegensatz zu CHARLITERAL nicht in einzelne, sondern in doppelte Hochkommas gesetzt. Und Sie können alles enthalten, was auch CHARLITERAL sein kann. Zum Beispiel einzelne Hochkommas, natürlich mit Backslash davor wie eben gesehen. Genauso können Sie Backslashes enthalten, wie eben gesehen als doppelte Backslashes geschrieben. Auch innerhalb eines STRINGLITERALs können Zeichen durch Ihren Unicode-Nummer angesprochen werden, da jede Unicode-Nummer aus exakt sechs Zeichen besteht. Ist immer eindeutig, was noch zur Unicode-Nummer gehört und was danach nicht mehr dazu gehört. Jetzt sehen wir, für welches Zeichen die Unicode-Nummer steht, die wir eben schon bei Zeichenliteralien als Beispiel hatten. Hier sehen Sie den Tabulator-Schritt. Verschiedene Ausgabeprogramme stellen den Tabulator-Schritt unterschiedlich weiter bzw. das ist auch oft konfigurierbar. Es ist wichtig, zwischen einem Zeichenliteral und einem Stringliteral der Länge 1 zu unterscheiden. Links sehen Sie ein Zeichenliteral vom Typ CHAR. Rechts sehen Sie einen String, der nur ein Zeichen umfasst. Also Länge 1 hat auch leere Strings mit genau 0 Zeichen. Also mit Länge 0 sind möglich. Das sieht dann so aus wie unten. Es fehlen nur noch zwei Typen von Literalien. Datentyp Bolian hat zwei Leitreil, True und False. Und alle Referenztypen haben ein Literal gemeinsam. Den symbolischen Wert 0, den eine Variable von einem Referenztyp hat. Wenn Sie nicht auf ein Objekt verweist, Vorgriff, das Literalien und das Thema Referenzüten allgemein sehen wir uns im Kapitel Objekt orientierter Appsteract.au an genauer an. Hier wird es nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Nach den Literalien sind die Schlüsselwörter eine weitere Art von lexikalischen Elementen eines Java-Quelltextes, also die Wörter, die eine feste Bedeutung in einer Programmessprache haben. Dies hier sind die wichtigsten speziell für Java. Die, die auch in den verschiedenen Kapiteln dieser Vorlesung immer wieder auftreten, teilweise auch schon im Kapitel zu Karel J. aufgetreten sind. Die dritte Art von lexikalischen Elementen sind Bezeichner. Englisch Identifier, das sind Namen, die wir selbst wählen können bzw. selbst wählen müssen, wann immer wir eine Entität in ein Java-Programm einführen, die einen Namen bekommen soll. Im Folgenden sprechen wir immer von Identifiern. Konkret wählen wir Identifier für verschiedene Entitäten in einem Java-Quelltext. Alles, was wir an Namen von Variablen, Konstanten und Attributen gesehen haben und sehen werden, sind Identifier-Nebenbemerkung. Mit Konstanten ist hier und im Folgenden alles gemeint, was final definiert ist. Jede Methode hat einen Namen und auch jeder Parameter einer Methode hat einen Namen in der Messe den Definit AON. Das sind ebenfalls alles Identifier. Und natürlich hat auch jede Klasse bzw. jedes Interface einen Identifier als Namen, ebenso Packages. Nach den festen Regeln, die der Java-Compiler erzwingt, darf ein Identifier neben Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern noch unter Sterische und Dollarzeichen enthalten. Die Convent AON sagt aber, dass man die beiden Sonderzeichen nur in bestimmten Ausnahmefällen verwenden sollte. Einen dieser Ausnahmefälle sehen wir gleich. Abgesehen von einer festen Regel ist man frei darin, Identifier aus allen diesen Zeichen zu bilden. Es darf nur das erste Zeichen keine Ziffer sein. Um Verwechslungen mit ganzzeiligen Literalehen zu vermeiden, das erste Zeichen kann also prinzipiell ein Klein- oder Großbuchstabe oder eines der beiden Sonderzeichen sein. Jedes weitere Zeichen darf dann auch eine Ziffer sein. Vergleich mit Racket. In Racket dürfen fast alle Zeichen für Identifier verwendet werden. Das erste Zeichen darf auch eine Ziffer sein. Der Identifier darf nur nicht als Ganzes als Zahlenliteral interpretierbar sein. Wörter mit Sonderbedeutungen sind nicht als Identifier-Weber-Vergleich mit Racket. Das Prinzip ist dasselbe, nur die Wörter mit Sonderbedeutungen sind natürlich nicht dieselben. Schlüsselwörter sind nicht möglich als Identifier. Hinzu kommen die drei Wörter, die wir schon als Leitrall kennengelernt haben. Bei Identifiern wird Hysterik zwischen Große und Kleinschreibung unterschieden. Dies wäre ein gültiger Identifier, da das Schlüsselwortweil aus Kleinbuchstaben besteht. Das wäre aus demselben Grund ein weiterer gültiger Identifier. Wegen der Unterscheidung zwischen Große und Kleinschreibung sind das zudem zwei verschiedene Identifier. Wir könnten die beiden ohne Namenskonflikte zwei verschiedenen Entitäten zuordnen. Und noch drei weitere zwischen diesen fünf Identifiern gibt es absolut keine Verknüpfung. Sie hätten auch ABCDE heißen können, das macht keinen Unterschied. Was aber definitiv kein erlaubter Identifier ist, ist das Wortweil ganz in Kleinbuchstaben, denn das ist das Schlüsselwort. Wie schon angedeutet, haben sich gewisse Convent-Ionen für die Wahl von Identifiern in Java entwickelt. Solche Convent-Ionen sehen in verschiedenen Programmiersprachen durchaus unterschiedlich aus. Zum Beispiel sehen sie in der eng mit Java verwandten Sprache C++ anders aus. Bei Identifiern für LOKL-Variable und Konstanten, Attribute und Parameter sowie für Methoden soll das allererste Zeichen nach allgemein anerkannter Convent-Ionen immer ein Kleinbuchstabe sein. Bei Klassen und Interfaces hingegen soll das allererste Zeichen immer ein Großbuchstabe sein. Oft besteht ja ein Identifier aus mehreren Wörtern. Es ist sehr hilfreich zum Lesen und für das Verständnis, wenn die Worttrennung innerhalb eines Identifiers deutlich zu erkennen ist. Als Convent-Ionen hat sich in Java herausgebildet. Dass im Rennen eines Identifiers der erste Buchstabe eines Wortes groß ist, dieser Convent-Ionen. Dass mehrere Wörter zu einem Identifier zusammengefügt werden und jeder innere Wortanfang groß geschrieben wird, ist inzwischen auch anderswo in der Informatik und selbst außerhalb der Informatik recht verbreitet, aber beispielsweise in C++ gibt es andere Convent-Ionen. Dort werden Wörter innerhalb eines Identifiers häufig durch Under-Storage getrennt vergleichen mit Reckett. Convent-Ionen ist in Reckett, Großbuchstaben in Identifiern generell eher nicht zu verwenden und Wörter innerhalb eines Identifiers durch Binde-Storage voneinander zu trennen. Nun je ein Beispiel für jede Art von zu bezeichnenden Entitäten, die Namen sind sicherlich selbsterklärend. Bei den einen ist das erste Zeichen gemäß Convent-Ionen ein Kleinbuchstabe, bei den anderen ein Großbuchstabe. Und jeder Wortanfang im Rennen ist ein Großbuchstabe. Es gibt eine wichtige Ausnahme von diesen allgemeinen Regeln, nämlich Attribute, die mit Static und Finale deklariert sind. Also Klassenkonstanten Vorgriff, Klassenkonstanten betrachten wir im Kapitel zu Objektorientierte Absterakt-Ionen genauer hier schauen wir uns nur der Vollständigkeit halber die Convent-Ionen zur Namensgebung an und verschieben das tiefere Verständnis auf später. Zwei Beispiele für Klassenkonstanten aus der Standard-Bibel-Io-Tek Die vordefinierte Klasse-Mess enthält diese beiden Konstanten für die Kreiszahl und die Eulersche Zahl sowie eine Vielzahl von Methoden. Die mathematische Funkt-Ionen realisieren bei beiden Konstanten besteht der Name nur aus Großbuchstaben. Vorgriff, vier Beispiele aus dem Kapitel zu primitiven Datentypen Die vordefinierte Klasse-Double mit großem D bietet einige Funkt-Ionalität rund um den primitiven Datentyp-Double mit kleinem D unter anderem hat sie je eine Konstante für den größten und den kleinsten Zahlenwert, die im primitiven Datentyp-Double darstellbar ist. Außerdem gibt es die symbolischen Konstanten plus und minus unendlich. Identifier für Klassenkonstanten bestehen nach Convent-Io nur aus Großbuchstaben, keine Kleinbuchstaben, natürlich dürfen sie auch Ziffern enthalten. Wenn nun alle Buchstaben groß sind, kann man nicht mehr wie bei den bisherigen Identifier-Worttrennungen innerhalb eines Identifiers durch Großbuchstaben anzeigen. Dafür wird dann stattdessen der Untersterich verwendet, wie wir eben gesehen haben. Wir haben schon mehrfach Funkt-Ionalität importiert, so wie auf dieser Folie alle Funkt-Ionalität, die man importieren kann, ist hierarchisch in Packages organisiert. Deutsch also Pakete man sieht in diesem kleinen Beispiel schon die erste generelle Convent-Io-N für Package-Namen. Nur Kleinbuchstaben, keine Großbuchstaben-Vergleich mit Racket. Module in Racket sind ähnlich zu Paketen in Java. Wurden im Kapitel zu Funkt-Ional-Apps-Teract-Io-N aber nicht behandelt. In der Racket-DOK-U zu finden unter dem Stichwort Require. Die Java-Standard-Bible-Io-Tag besteht aus mehreren Packages. Eines davon hat den Namen Java hierarchisch organisiert. Heißt, dass Packages wiederum Packages enthalten können, die unter Packages oder Englisch Subpackages genannt werden. So enthält das Package Java in der Java-Standard-Bible-Io-Tag eine ganze Reihe von Subpackages. Darunter ein Subpackage namens Util, für Utilities, und eines Namens AWT, für Apps. Und diese Subpackages können wiederum Subpackages enthalten und so weiter. Packages und ihre Subpackages werden immer durch einen Punkt voneinander getrennt. Da der Punkt nicht Teil eines Identifiers sein darf, kann es keine Missverständnisse geben. Mit einem Stern werden alle Elemente aus einem Package importiert. Es ist allerdings zu beachten, dass nichts aus Subpackages importiert wird. So wird beispielsweise in der dritten Zeile alles aus Java.AWT importiert, aber nichts aus Java.AWT.Color oder aus anderen Subpackages von Java.AWT. In Package Java.AWT.Color findet sich unter anderem diese Klasse, die wir nur als Illustera als Beispiel hernehmen und die uns ansonsten nicht interessiert. So wie hier kann auch eine einzelne Klasse oder ein einzelnes Interface importiert werden. Sie können entweder mit einem das ganze Package oder durch Angabe seines Namens ein einzelnes Element des Packages importieren. Dazwischen gibt es nichts, das heißt, wenn Sie nicht das ganze Package, aber mehrere Elemente des Packages importieren wollen, müssen Sie entsprechend viele einzelne Importzeilen schreiben, eine Zeile für jedes Element Vorgriff, im Kapitel zu objektorientierter Apps.TheraGt.ion, unter dem Stichwort Klassenattribut bzw. Klassenmethode. werden wir sehen, dass auch bestimmte einzelne Komponenten einer Klasse einzeln importiert werden können, ohne dass die Klasse als Ganzes importiert werden muss. Elemente aus einem Package können allerdings auch ohne Import genutzt werden, indem man den vollen Namen der Klasse inklusive Packagenamen bei jeder Nutzung angibt. Das nennt man den vollqualifizierten Namen. Java.AWT.Window ist der vollqualifizierte Name der Klasse Window. Es gibt ein einziges Package in der Java Standard Bibliothek. Das nicht explizit importiert werden muss, weil es automatisch importiert wird, das ist das Subpackage lang. Für Language, im Package Java die Elemente dieses Packages sind so grundlegend, dass Java.lang wohl bei so ziemlich jedem ernsthaften Java-Programm importiert werden müsste. Deshalb eben automatischer Import beispielsweise finden sich die Klassen String und Mess darin das Package Java.Lang hat seinerseits Subpackages, die aber nicht automatisch importiert werden, sondern wie alle anderen Packages und Subpackages auch bei Bedarf explizit importiert werden müssten. Im Laufe der Jahrzehnte wurden unzählige Packages und Subpackages ins Internet gestellt, so dass der Bedarf nach weltweiten Namens-Convent-Ionen entstanden ist. Diese weltweit einheitlichen Namens-Convent-Ionen lassen sich gut an einem Beispiel besprechen. Wir sehen noch einmal die erste allgemeine Convent-Ionen. Nur Kleinbuchstaben, keine Großbuchstaben. Wir sehen auch, wie weltweit einmalige Namen für Packages einheitlich gebildet werden. In URL sind die einzelnen Bestandteile hier hierarchisch abwärts von rechts nach links gruppiert. In Packagenamen von links nach rechts daher wird die URL umgedreht, aber wird www am Anfang der URL ausgelassen. Und Schrägsterische werden durch Punkte ersetzt. Die Verwendung von Ziffern ist nach der Namens-Convent-Ionen generell okay. Es sind nur die Großbuchstaben, die vermieden werden sollten. Bindesterische sind keine zulässigen Bestandteile von Identifier-Ninjava. Es hat sich als Convent-Ionen etabliert, Bindesterische durch Undesterische zu ersetzen. Damit verabschieden wir uns insgesamt von den Identifiern und wenden uns einer anderen Art von lexikalischen Elementen zu, den Klammern. Es gibt in Java drei Arten von Klammerpaaren, Runde, Geschweifte und Eckige. Runde Klammerpaare umfassen zum Beispiel Parameterlisten von Methoden, aber es gibt auch noch andere Anwendungsfälle. Geschweifte Klammerpaare umfassen etwa die Anweisungen, eine Methode oder einen Schleifenrumpf oder die Attribute und Methoden einer Klasse und noch einiges mehr. Und eckige Klammerpaare werden bei Arrays für verschiedene Zwecke verwendet. Klammerpaare müssen in bestimmter Relateion zueinander stehen, damit das Ganze korrekt ist. Konkret heißt korrekte Klammerung, entweder folgt ein Klammerpaar Hysterik nach dem anderen. Oder eines umfasst das andere, das ist ja sicherlich auch das. Was man intuitiv als korrekte Klammerung ansehen würde vergleichen mit Racket, dort gelten dieselben Regeln. Eine weitere Art von lexikalischen Elementen kommt in Ausdrücken vor, das sind die Operatoren. Wir betrachten nicht alle Java-Operatoren. Aber die meisten und wichtigsten Vorgriff, weitere Erläuterungen zu den einzelnen Operatoren und ihrem Gebrauch gibt es im Kapitel zu Methoden. Binäre arithmetische Operatoren für Addit-IoN, Subtrakt-IoN, Multiplicat-IoN, Divis-IoN und Modulo-Rechnungen-Operator heißt allgemein binär. Wenn er zwei Operanten hat, vergleichen mit Racket. Die ersten vier Operatoren haben in Racket eine variable Zahl von Operatoren für den Rest bei ganzzahliger Divis-IoN gibt es in Racket eine Funkt-IoN namens Modulo, keinen Operator wie in Java. Positives und negatives Vorzeichen sind unärer Operatoren, also nur ein Operant. Der Operant ist die Zahl, die sich unmittelbar an das Vorzeichen anschließt. Inkrement und Decremen sind ebenfalls unärer. Das sind die zuweisungsbasierten Operatoren. Der erste ist der eigentliche Zuweisungsoperator. Die zuweisungsbasierten Operatoren sind binär Vorgriff. Im Kapitel zu Methoden werden wir uns diese zuweisungsbasierten Operatoren genauer ansehen. Da werden wir sehen, dass beispielsweise R-Plast gleich B bedeutet, dass der Wert von A um den Wert von B erhöht wird, analog die weiteren vier oben aufgeführten zuweisungsbasierten Operatoren und die dass der Wert von B erhöht wird. Bis zum nächsten Mal. Dann wünscheh mir auch eineênue R-Plast-Den-R-T-E-R-E-N-N-G. Mein Apps ist nicht ungefähr dass der Wert von B erhöht, dass der Wert von B erhöht, das ist und unterstützt, genauer das Problem für den Wert von B erhöht. Wobei geführt werden, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020